Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute nehme ich euch mit zu meinem Outdoor-Training. Das wollte ich schon ganz lange machen, aber irgendwie war nie so das krasse Wetter oder die Zeit da. Und jetzt nehme ich mir heute die Zeit. Ich habe mir hier so einen GoPro-Wasserschutz geholt und von Daniel hier sowas zum Umschneiden. Und werde euch damit mit aufs Wasser nehmen. Und ich bin super gespannt, wie ich das für euch gefilmt bekomme. Und sage mal bis gleich. Leute, ich freue mich einfach so, weil schwimmen bedeutet für mich immer so ein Gefühl von Freireit. Und ich kann das gar nicht beschreiben, dieses Feeling, was ich für meine Leidenschaft habe. Und vor allem draußen in der Natur, auf dem Wasser, das hat sowas von Ruhe und so. Und ich freue mich, ich zeig's euch. So, angekommen. Ich hoffe halt, dass ich mich nicht so an der Kopf ausführe. Ich glaube, wir sind wirklich nicht so an der Kopf. Ich bin glücklich, ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Das war's. So, ich bin jetzt gerade hier auf dem Wasser. Ich bin gespannt, ob ihr mich verstehen könnt und fahre jetzt mit dem Board. Und ich versuche euch jetzt mal zu zeigen, was ich hier zum Beispiel für Übungen mache. Ich bin gespannt, ob wir alle ganz normalen zu sehen. Ich bin gespannt, ob wir alle ganz normalen zu sehen. Ich bin gespannt, ob wir alle ganz normalen zu sehen. zurück im auto noch ein kleines feedback ich hoffe sehr dass euch das video gefallen hat und dass meine ersten gopro aufnahmen ganz cool geworden sind also ich bin selber ultra gespannt ich habe sie jetzt selber noch nicht gesehen aber mir jetzt einfach ultra viel spaß gemacht und wenn euch das noch mehr interessiert also allgemein wie man auch wirklich richtig trainiert im outdoor training und wie solche wettkämpfe aussehen ich habe nämlich auch schon outdoor training wettkämpfe mitgemacht da fährt man dann auch mit dem ski und mit dem board und verschiedene disziplinen dann gibt es noch so was wie beach flex also wenn ihr da interesse dann habt kann ich euch da auf jeden fall auch noch mehr zu erzählen und jetzt heute wollte ich einfach mal ja ich so ein bisschen mitnehmen und aufnahmen im wasser machen hier lasst gerne ein abo da und ich sage mal bis zum nächsten mal bis bald